In diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du deine Unterhosen bzw. Boxershorts auf ganz einfache Art und Weise Platz sparen zusammenlegst. Am Anfang sieht das Ganze ziemlich kompliziert aus, aber ich verspreche euch, wenn ihr das Ganze zwei- bis dreimal gemacht habt, läuft das Ganze wie am Schnürchen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, unterstützt meinen Kanal mit einem kostenlosen Abo. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!